Das Rauchhaus bietet die Möglichkeit, die Ausbreitung des Brandrauches in einem Haus zu demonstrieren. Das ursächliche Feuer in der Küche ist in der Anfangsphase des Brandes auf den Raum beschränkt. Der Rauch allerdings breitet sich rasend schnell im gesamten Haus aus. Gut zu erkennen ist, dass zunächst der gesamte Treppenraum verraucht. Hier ist keine Orientierung mehr möglich und nur wenige Atemzüge führen zur Bewusstlosigkeit und später zum Tod. Innerhalb weniger Sekunden breitet sich der Rauch im gesamten Haus aus. Nur das Kinderzimmer bleibt rauchfrei, weil die Zimmertür verschlossen ist. Hier sind die Empfehlungen der Feuerwehr richtig umgesetzt worden. Schließen Sie die Zimmertür. Verstopfen Sie die Türritzen mit Decken oder Kleidungsstücken. Auch das Schlüsselloch muss abgedeckt werden. Stellen Sie sich an das Fenster und rufen Sie um Hilfe. Die eintreffende Feuerwehr wird Sie mit der Drehleiter retten. Und es gibt die Drehleiterung, die da Sie umgehen und sie umgehen. Sie sind mit der Drehleiterung. Und die Drehleiterung zu erklären. patrol die Drehleiterung ist umgesetzt worden und zu kommen. Die Drehleiterung überzuhören Sie sich auch über den Drehleiterung. Die Drehleiterung wird großartig und ungefähr die Drehleiterung im vergleichen. Der Drehleiterung ist um der Drehleiterung.